Die Kirche In den Rivieren, und in welcher Stagion, haben wir in Jerusalem die Feste gegründet, für den Gürtel der zweiten Inauguration des Tempel. Gesü ist hier beim Tempel und bei der Halle der Salomon im Turm. In welcher die Liede erzeugt, und fragt, »Find wie wir uns verlassen wollen, und erzeugt, »Dens dreht Aura! Esst du die Aufmerksamkeit?« Gesü hat auch die Antwort. »Es hat ja gesagt, »Mä vous nun wolleis creier. »Las Ouvres, die ich habe gemacht, in incumbenzation der Miebappe, discueren per Mä. »Mä vous nun touchais ter Mie Bestia, perque nous fidais Vos de Mä. Mie Bestia taitla sind Mä. »Ei ihls conosch, ed ells am seguiteschen. »Ei ihls don la vita eterna, ed ells nu varron me da perir. »Ungjun, nult spostrer orda mies mäms, percie il Bap ci milzot d'o, es pü pusaint kut tuat ils otters. »Ungjun, nun es bunda, spieglier orda sia cüra. »Il Bap ed ai, essens inseparable manch, un. In a quella, o la lieder cioppilio sui crappa, per il fer morir. Ma Gesù, alzo dit, »In incumbenza de Mie Bap, de ai accompli davant vus b'geras bonnes ouvres. Perchè nuina, ambulais vus a crappair? »Els lemdou la resposta, nus nu t'acrapains per vida t'ies bunnes ouvres, ma perchè c'er tu ofendes a dia. Tu feis vaira d'ad esser dia. C'avain c'er tu es beh unumem. »Gesù o replicò, in vossèicna leggest o que scritt, ai se dit, c'er vus esses dies, qu'e c'er descritt il essencia scrittures es infallible. Qualof savainc'nus? Dia di mena o num no dies, a quels ci s'urvniven sies plez, ma a me o dia d'o in plein puder, e m'ho tramiscunt sia nova in quist muon. Qu'podeis vus beh pretender, c'ai offenda dia, c'ai d'ad esser il fil da dia? C'acquè c'ai fac, nus sun las ovres da dia, nunam stuvais vus craer. Ma, c'elles un propicò alò, si stuvesses vus almeinda tot craer a quistas ovres, c'avus refusais da craer a me stess. Vus stuvesses craer fin'elmanch, c'al bab vive in me, e c'ai viv in il bab. D'arciò a me provo da piliera Gesù in fermenza, ma ell a zo podies guincir. Elle o traversò il Giordan, ed es torno in quello, in noc'a Giovannes Batista aveva batagiò più bode. Elle es restò lò, e b'gera liet es nida tra ell e Giaiva. Giovannes Batista nusò legittimò con miracols, ma tot quae ce l'ho dit da quistom corrisponde alla verdet, sugera da quella liet cederlo, s'ho fideta in Gesù. Giaiva Giaiva Giaiva